Ich heiße Sabine Kerkmann. Ich bin seit über 20 Jahren mit großer Begeisterung Farb- und Typberaterin und Coach für Persönlichkeit, Stil und Wirkung. Und ich bin Gründungsmitglied von Corporate Color seit 2003 also mit dabei. Corporate Color, das Netzwerk für professionelle Farb-, Typ- und Imageberatung, ist für mich eine berufliche Heimat geworden. Ich fühle mich hier wirklich unterstützt und begleitet in all meinen beruflichen Themen und Fragen. Ich werde wunderbar unterstützt beim Einkauf der Materialien und der Unterlagen für meine Beratungen. Jederzeit kann ich Fragen stellen, bin begleitet und vor allem muss ich diese sehr besonderen Netzwerktreffen, die jährlich stattfinden, hervorheben, weil da der Kontakt der Beraterinnen ein wirkliches Netzwerk von einem wohlwollenden, wertschätzenden Miteinander bedeutet, wo man sich austauscht, sich weiterbildet und vorankommt. Dazu gehören professionelle Weiterbildungen und Fortbildungen, die auch ich alle besucht habe und die mich dabei unterstützt haben, mein berufliches Können immer weiter zu verbessern und immer weiter professionell zu arbeiten. Ich finde, dadurch hebe ich mich auch von anderen Beraterinnen ab, weil ich immer auf dem neuesten Stand bin und bereit bin, mich weiterzubilden. Dazu hat mir das Netzwerk Corporate Color wirklich richtig geholfen und auch in Zeiten, wo es mir vielleicht mal nicht so gut ging oder ich eine berufliche Krise hatte, wurde ich wirklich begleitet und waren alle für mich da. Ich kann nur sagen, Corporate Color, das lohnt sich.